Letzte Woche konnte ich den Neueingang die Q-Life H881 Plus nur mit ein paar kurzen Videosequenzen beurteilen, um schnell noch einen Film vom Ablauf des Sonderverkaufs zu veröffentlichen. Ich habe euch vor allem Nachtaufnahmen versprochen und das hole ich heute nach. Die Aufnahmen in 4K werden leider nur in 10 FPS aufgenommen. Das ist sehr wenig und dennoch führt es nicht zu größeren Rucklern, wie man in diesem ersten Video sehen kann. Ich werde daher demnächst in einem Format aufnehmen, nämlich 1080, mit dem ich sehr gerne filme und die Qualitäten damit vergleichen. Wir befinden uns heute hier in der Nacht vor einem Gestrüpp und das ist voller Mäuse. Hier ist vor Mäuse aus diesem Feld heraus. Ich weiß nicht was es ist, ob es eine Spitzmaus ist. Auf alle Fälle ist sie sehr viel dunkler als der Rest der Mäuse hier herum machen und wo Mäuse sind, sind natürlich auch Greifvögel wie dieser Mäusebussard oder auch Füchse und sonstige Jäger. Ja und der Greifvogel hat hier richtig Mühe, denn das Gebüsch ist dicht bestanden mit kleinen Ästen und er torkelt hier manchmal rum, ist aber stark beschäftigt. Wir sehen hier immer eine Aufnahme als Foto und dann die Videoaufnahme. Das habe ich extra gemacht, um auch die Fotoqualitäten beurteilen zu können. Insgesamt muss ich sagen, für den Preis der Kamera kann man hier generell nicht meckern. Wir sehen hier den Mäusebussard, wie er doch sehr beschwerlich hier zwischen den harten Halmen und Stöcken herumturnt, um eine Maus zu fangen. Er ist noch sehr unbeholfen. Ich schätze mal, dass es ein jüngerer Vogel ist und er hat hier vor der Kamera leider, leider, leider kein Glück. Tolle Fotoaufnahme, gefolgt von dem Video, wie gesagt in 4K, allerdings 10 Frames per Sekunde. Der Ton der Kamera ist nicht gut. Man kann Ton erkennen, aber er wird überdeckt von einem hohen Grundrauschen des Gerätes und insofern sind die Tonaufnahmen zumindest hier in diesem Bereich misslungen. Es könnte sein, dass wir bei nahen Aufnahmen etwas mehr Glück haben. Auch das werden die nächsten Wochen zeigen. Die Fuchsaufnahmen hier immer ein Foto und ein Video und in einigen Videos kann man erkennen, dass das Foto noch da ist, aber der Fuchs schon auf der Flucht oder schon aus dem Bild ist. Das heißt, die Verarbeitung des Fotos dauert dann doch etwas lange und die Videosequenz wird erst nach ein paar Sekunden angefangen. Somit geht natürlich einiges zwischen Foto und Video verloren. Ja, die Füchse finden hier irgendetwas zu fressen. Das ist eine Stelle, wo auch andere Tiere permanent da sind, der Dachs. Und momentan ist es hier voller Jungfüchse, die hier permanent vor der Kamera herumlaufen. Ich habe ganz viele Aufnahmen dafür gesucht und habe jetzt für diesen Videofilm eigentlich nur die schönsten oder interessantesten rausgesucht. Wie man hier sehen kann, sind mehrere Füchs hier unterwegs. Es ist ein Fuchs dabei, der immer sehr mutig ganz vorne herum macht und ein anderer beobachtet ihn hinten. Und hier die Aufnahmen eigentlich recht zufriedenstellend. Die Aufnahmen sind nicht bearbeitet, das ist alles original. Lediglich laufen sie in doppeler Geschwindigkeit ab, um den Film nicht zu lange und zu langweilig zu machen. Je näher der Fuchs kommt, je besser werden eigentlich die Qualitäten. Und hier nun fast zum Schluss noch mal eine Aufnahme mit einem Foto und der gefolgten Videoaufnahme, wo der Fuchs leider schon aus dem Bild ist. Das ist dem Preis geschuldet. Ja, wenn dir mein Video gefallen hat, was nun gleich zu Ende ist, dann danke ich dir für einen Daumen nach oben. Wie gesagt, es kommen weitere Videos mit dieser H881 Plus. nochmal ein Blick auf diese Mäuseburg, wo so richtig was los ist. Und noch ein letztes Mal den Buzzard, der sich bemüht, hier etwas zu fangen. Und dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute! Und dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute! So, der Film ist zu Ende. Der Fuchs geht nach Hause. Ich danke, dass ihr hier wart. Schönen Dank für einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, der ist kostenlos. Und drückt das Glöckchen, damit ihr keine Neuerscheinungen verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal.